Das ist eine Chance auf ein Geschäft. Wir gehen von Tür zu Tür, verkaufen Zeitschriften. Wir entdecken ganz Amerika, wir feiern. Komm mit uns. Say hi! Hey yo! Got money? Got do! Gibt's wen, der dich vermissen würde? Nicht wirklich. Okay, gut. Bist eingestellt. Geht's dir gut? Oh ja, Sie müssen sie nur in Ihre Gebete einschließen. Ich hab versucht, mich christlich zu verhalten, aber ich kann sehen, dass der Teufel euch bei dir in seiner Gewalt hat. Der Teufel hat ihre Tochter in seiner Gewalt. Hey! Wo willst denn du hin? Geld verdienen! Hits rein! Ich mag Mädchen mit Mummen. Wow! Hier steigt ne Party, steigt ne Party! Das ist Jake! Hey, kann ich mitfeiern? Was machst du denn? Ruhe, sofort! Schnapp dir die Schlüssel, die Kohle, zum Wagen. Was soll denn das? Spring rein, spring rein! Hast du irgendwelche Träume? So Zukunftsträume hat mich noch nie jemand gefragt. Du denkst, du wärst was Besonderes. Du bedeutest ihm gar nichts. Angst! Pain. Oh!